Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 Walkaround. So, nach unserer kleinen Upgrade-Stunde und Sappel-Stunde, jetzt mal wieder ein bisschen in der Story weiter gemacht. Wir sollen ja jetzt hier unten einmal hin. Dementsprechend, ja, ich würde sagen, wir gehen vom Steakhouse aus los. Wir könnten auch von Sugar Grove, aber es ist an und für sich dasselbe Weg. Wir sollten uns dann nochmal den einen oder anderen Schnellreisepunkt auf dem Weg holen, der später nochmal wichtig ist. Zwar nicht jetzt, aber Hauptsache wir haben ihn. Das heißt, wir holen uns jetzt an und für sich erstmal ein paar Schnellreisepunkte. Und dementsprechend, ähm, gucken wir mal. Jetzt haben wir hier natürlich wieder unsere Super-Mutanten da. Dann wollen wir die doch gleich mal mitnehmen. Ach, das Kampfgewehr. So. Wenn, dann würde ich gerne schon das Jagdgewehr haben wollen. Ah, Region entdeckt das Moor. Weil wir hier noch nicht weitergelaufen sind. Äh, Raider Deep. Dieb. Okay. Falsche Quest. Gut. Halten wir uns da jetzt nicht zu lange drauf auf. Düsen wir jetzt einmal schnell durch. Ich habe den Super-Mutanten und den Dieb. Dementsprechend passt das. So, dann laufen wir jetzt hier einmal durch. Jetzt haben wir hier schon gleich den ersten Schnellreisepunkt auf dem Weg. Der schon nicht verkehrt ist. Weil von hier aus können wir dann halt nochmal ein paar andere Schnellreisepunkte abgehen. Wie zum Beispiel da oben die Kultisten. Und hier sind meistens nur ein paar Gule. Die nehmen wir jetzt doch gleich noch mit. Und hier vorne haben wir gleich sowieso nochmal einen Random Spot. Mal gucken. So. Weil hier haben wir auch eine Waffenbank. So, nochmal Gould 1 und Gould 2. Gould 3, wo bist du? Da bist du. Oh, sogar Leuchten da. Und Krönchen. Na, jedes Krönchen gibt ein Tönchen, ne? Och, komm. So. Hallo. Bisschen Blech. Bisschen Kleber. Nebenbei mitgenommen. Gut. Na, hole ich mir jetzt nochmal schnell die... Na, gucken wir erstmal beim Random Spot hier vorne nach. Was wir da vorne haben. Wir haben Siedler. Und wir haben Raider. Das heißt, ich bring die Siedler um. Wenn man so ein... ...Ding bekommt. Dann... Jetzt hört doch mal auf, hier alles in die Luft zu jagen. Ich kann euch nicht anwatzen. Dann muss man sich für eine Seite entscheiden. Es gibt keine Minuspunkte, wenn man die falsche Seite nimmt. Die Siedler haben keine Chance gegen uns. Danke für deine Hilfe. Ich lege in Crater ein gutes Wort für dich ein. Und man bekommt nochmal ein bisschen was dazu. So. Ich versuche nur, meinen Raider-Kollegen zu helfen. Wir müssen zusammenhalten, wenn wir hier überleben wollen. Ja, wie gesagt. Kann man sich für eine Seite entscheiden. Eine Seite muss man umbringen. Man kriegt keinen Manus. Und dementsprechend, wenn man es sieht... ...schnell entscheiden, wo man schnell nochmal ein paar Punkte haben möchte. So, jetzt nehme ich mir die Kultisten hier auch nochmal mit. Haben wir auch gleich einen Legendären. Der den zweiten mal wieder wegtankt, als wenn nichts wäre. So. Also jetzt hört doch mal auf, Sachen wegzutanken, die nicht... Ne? Oh, noch ein Legendärer. Das ist ja schlimm. Ihr könnt doch nicht einfach immer alle meine Schadensdinger hier wegtanken. So. Was haben wir? Mutantentöters T45. Ne. Das hebe ich noch nicht mal auf. Noch nicht mal freiwillig. Okay. Nochmal 45er. Punkt haben wir gekriegt. Punkt haben wir gekriegt. Auf zum nächsten. Ne. Ja. Gut. Von den Einsternenzeug müssen wir mal gucken, was wir aufheben, was nicht. Ich bin noch am schwangern, welche Rüstung ich mir nachher am Ende gerne zulegen möchte. Gibt da so verschiedene Mittel und Wege und verschiedene Rüstungen mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Und ja. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Gegen Ende würde ich gerne auf Aristokrat gehen. Aber mal schauen. So. Jetzt nehmen wir uns aber erstmal Valley Galeria. Der wichtigste Schnellreisepunkt, wenn man Dailies macht. Dem muss man definitiv freigeschaltet haben. Ja. Vielfass Raider werde ich auch nicht in die Kiste schmeißen. Wobei Vielfass eigentlich nicht verkehrt ist. Auch gerade nicht für den Anfang. Weil man gut drauf achtet. Dass man immer schön alles schön gegessen hat. Nein, passt das. So. Aber ich würde hier gerne noch ein, zwei Sachen mehr mitnehmen. Jetzt gucken wir erstmal hier hinten. Da ist keiner. Sondern die. Ach hier. Wollte gerade sagen. Wo sind denn meine verbrannten hier? Schrotpatronen. So. Aber jetzt hier hinten nochmal gucken. Was sie hier für ein random Ereignis haben. Hier auf dem Parkplatz ist auch ab und zu mal was. Und wir haben... Ah. Forth's Holoband. Ich bin einem verrückten Roboter begegnet. Der mich zum Deputy befördert hat. Selber schuld. Als ob ich mir diese Bomben holen würde. Um sie wie ein ehrbarer Bürger abzugeben. Diese Babys werde ich schön für mich behalten. Die Verkabelung ist etwas durcheinander. Aber das kriege ich hin. Ich muss nur diesen Schalter hier entschärfen, damit sie nicht... Hatte Bomben gemacht. So. Das random Ereignis zeigt eigentlich nur eine weitere Daily an. Was haben wir denn hier? Wir haben ein Kampf... Oder ein Kampfgewehr. Wollte ich gerade sagen. Ein handgefertigtes. Bekommen. Ne. Nehme ich noch auseinander. Wunderbar der gehärtete Verschluss. Aber ich glaube ich habe immer noch nicht den Schalldämpfer. Dementsprechend muss ich da noch ein paar mehr von auseinander nehmen. So. Kampfgewehr. Hier haben wir noch einen Scharfschützen. Schrohrflinte. 44er. Und Metall. Okay. Gut. Da gehen wir jetzt noch weiter bis zum Bunker. Oder machen wir jetzt noch nie? Kommt, die Red Rocket, die hole ich mir noch. Die drei Minuten, die haben wir noch übrig. Jetzt kommen wir nämlich gleich zum nächsten Random Spot. Wo auch nochmal ein bisschen was lauern kann. Aber erstmal nehmen wir hier... Den Einsiedlerkrebs so ein bisschen aus. Ich hoffe, ich habe fahr genug Damage. Ja, nicht nach hinten. Das ist mir zu gepanzert. So, mal einen kritischen. Solange mich das Vieh nicht sieht, ist alles okay. Gut. Schön EP. Und nochmal Kronkorken. Bisschen Einsiedlerkrebsfleisch. Wobei da die Kronkorken sowieso das geilste sind. So, aber jetzt nochmal auf zur Red Rocket. Da nochmal ein paar Floater wegmachen. Jetzt bin ich am überlegen, hinten nochmal die Bienchen oder die Schnelligaster zu begrüßen. Oder das Faultier. Das wäre auch nicht so verkehrt. Ja, da sehe ich schon den ersten Floati. Gleich mit Krone. Gleich richtig dicke Resistenzen hier, der Dude. Ich will halt... Ich bin halt immer zu gierig. Ich will gleich hin und mein Loot haben. So. Zack. Und noch ein Schuss. So. Der Eisige fehlt noch. Na. Nicht festhängen. Nicht festhängen. Komm raus. Möchtest du nicht? Du schürst doch hier draußen nur rum, oder? Na gut. Den nehmen wir da hinten nochmal weg. Das passt. So. Kann ich mir hier nochmal kurz das Telefon holen. Den Koffer hier hinten könnten wir nochmal holen. Aber sonst haben wir hier auch nichts wirklich. Nur meine Sachen zum Zerkleinern. Bagger optimierte Servus. Ja gut. Ich habe eh nichts anderes. Sollte ich vielleicht aufheben. Ich habe ja noch nichts auf der Bagger gemoddet. Optimierte Servus. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt oder nicht. Aber ja gut. Können wir eigentlich machen. Bagger. Bitteschön. Ah, jetzt. Gut. Hat er noch genommen. Gut. Optimierte Servus. Könnten wir einbauen. Könnten wir nicht einbauen. Warum gibt er sie mir jetzt nicht frei? Ach hier. Der hat nicht das Bein ausgewählt. Ich habe meinen Arm ausgewählt. Wie gesagt. Das ist jetzt. Ich würde eher kalibrierte Stoßdämpfer bevorzugen. Aber mein Gott. Falls wir die Bagger benutzen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen AP Booster mit drin. Jetzt willst du raus. Jetzt. Ruhig an dir vorbei hechte. Ah gut. Dann gibst du mir nochmal deine AP mit. So. Gut. Dann holen wir uns jetzt hier hinten nochmal das Hütchen. Und gucken, was wir da für ein klein bisschen... ...Gegnergrüppchen haben. Ah. Ein Faultier. Ein Faultier ist okay. Gibt schon mal Kronkorken. Sogar relativ groß. Hat nicht viel Wahrnehmung. So. Na. Und das war sowieso noch nochmal die Stufe. Wunderbar. Nehmen wir alles mit. Und dann gehen wir noch einmal kurz die Baumwipfel hoch. Da das jetzt hier ein Faultier war. Gibt es hier keine weiteren Gegner. So. Können wir hier nochmal ein bisschen Kleinkram mitnehmen. Kleinkram schadet ja nicht. Also hier empfällt es mir nicht. So. Hier nochmal ein paar Bowlingkugeln mitnehmen. Holz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hehehehe. Hehehehe. So. Der Generator läuft noch. Ähm. Wir müssen ganz nach oben. Schreibt mal die Schiene nehmen wir auf jeden Fall mit. Denn ich brauche hier ein bisschen Stuff. Na gut. Nehmen wir auch nochmal mit. Können wir hier oben alles schon mal reinschmeißen. Alles so ein bisschen verwerten. Ist hier der Stummellauf. Ja. Kürbis nehmen wir auch mit. Kirsch nehmen wir auch mit. Ein bisschen Leder kann ich auch nochmal mitnehmen. Dann können wir die nächste nämlich auch alles in Geld umwandeln. Gut. Aber wir wollen noch weiter hoch. Vorsichtig hier beim Runterfallen. Das kann ganz schnell den Tod bedeuten. So ein bisschen Öl nehmen wir uns auch nochmal mit. Hier. Blaue Dosen. Ah. Hier haben wir nochmal Honig. Glas. Ich kriege jetzt nochmal random was. Na gut. So. Da haben wir nochmal. Pistolen und Patronen. So was schadet auch nie. So. Und hier oben haben wir ein Holzbein. Naja. Immerhin ein Holzbein. Nochmal ein Jagdgewehr. Ich glaube das war jetzt Dönermesser Zusatzflamme. Was ich da jetzt eingesammelt habe. Ja. Ja gut. Flammendüsen. Ist okay. Gut. Aber das andere was ich hier suche. Das ist heute leider nicht da. Pech gehabt. Gut. Ist halt auch nicht immer da. Sonst hätte ich es jetzt gerne zeigen können. Vielleicht beim nächsten Mal. Wenn ich es nochmal suche. So. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Valley Galeria. Und machen jetzt wirklich weiter. Jetzt treffen wir uns mit denen die die Kommandos geben wollen. Da ich ja jetzt hier sowieso nichts mehr zu befürchten habe. Größteilig. Schwenken wir jetzt hier mal. So. Einmal hier nochmal was mitnehmen. Wortbewohner. Wir sehen dein Signal. Bewege dich nach Norden zum Hügel. Dort siehst du einen Bunker. Wir behalten deinen Weg genau im Auge. Okay. So. Einmal schnell hier durchgemummelt. Schwimm, schwimm, schwimm. Schnell, schnell, schnell. Weil von dir möchte ich nicht getroffen werden. Und von dir auch nicht. Und von dir ist recht nicht. Na, ich mag Pengfu. Pengfu, cool. So. Dann machen wir jetzt hier einmal Hallöchen. Danke für die Kronkorken. Und gehen rein. Was nehmen wir uns hier nochmal mit? Klemmbritter. Ja, Federung können wir noch ein paar gebrauchen. Kleber dürfte ich ja mittlerweile eigentlich schon genug haben. Na, mal gucken. Wird ja jetzt alles demnächst noch ein bisschen interessanter hier. Jetzt. Klopf, klopf. Hallo. Hallo. Oliver Fields, Captain, United States Army. Nachdem wir die Höflichkeiten jetzt hinter uns haben, hätte ich da mal eine Frage. Was zum Teufel willst du mit Amerikas Goldreserven? Hat Onkel Sam dir nicht genug Liebe gegeben, als er in diesem Wort auf dich aufgepasst hat? Wir wollen das Gold für eine neue Währung verwenden, zum Aufbau einer echten Wirtschaft. Kaum geht die Welt unter, will auf einmal Hinz und Kunz das Sagen haben. Was macht dich so besonders, hm? Na komm, nur aus Gaudi. Ich bin bereit, dir den Kiefer einzuschlagen. So sieht's aus. Du bist hier, weil du meine Hilfe brauchst. Aber du scheinst eine Mission zu haben. Also raus damit. Was war die eigentliche Mission deines Worts? Nicht der Wiederaufbauscheiß, sondern die eigentliche Mission. Unsere Aufseherin sollte die Atomraketensilos in Appalachia sichern. Klingt sehr nach Vortex typischer Vorgehensweise. Das haben sie garantiert nicht mit dem Pentagon abgesprochen. Okay Leute, was halten wir von diesem Wortbewohner? Redgriff, Thompson, Lucky. Naja, ich geb jedem, der nicht auf uns schießt, einen Bonus. Also, Daumen hoch von mir. Ja, stimmt mit dem überein, was uns gesagt wurde. Paige hat immerhin nicht gelogen. Okay, du hast den Test bestanden. Reden wir jetzt über diesen Wort 79, in den du so unbedingt rein willst. Wir müssen an ein paar heftigen Geschütztürmen vorbei. Ah, wir wissen alles über sie. Zum Glück hat uns Paige genug Infos gegeben, um das Problem zu isolieren. Redcliffe, übernimmst du? Wir haben es mit Robcos halbautonomer immobiler Waffenplattform zu tun, die speziell für Regierungsaufträge gedacht war. Extra dicke ballistische Panzerung, reflektierende Verkleidung, interne Temperaturregulierung. Sogar eingebaute Lufterfrischer. Aber kann dein neuer Kumpel Redcliffe sich schlagen? Natürlich! Er braucht nur ein bisschen Hilfe von der Quelle. Sag mir einfach, was du brauchst. Da wir bei dir guter Dinge sind, sollten wir bei dieser Sache zusammenarbeiten. Wir treffen uns beim Robco Forschungszentrum, unten in der Nähe von Wartoga. Mal sehen, ob wir die Waffen finden, die ich für die Geschütztürme brauche. Das wäre wichtig, denn Plan B wäre, die Geschütze höflich zu fragen, ob sie uns durchlassen. Und sowas geht meistens daneben. Das stimmt. In Ordnung, Redcliffe. Wir sehen uns dort. Das wird lustig. Vergiss Freizeitparks. Forschungszentren zu plündern ist das... Ist das Beste. Genau. So, und wir machen uns aus unserem Zeug noch das Beste raus. Haben wir hier noch ein paar Impro-Gewehre. Ah, schäbiger Rock. Hey Lucky, das ist nicht okay. Oh, warte. Da leckt nur was. Entschuldige Lucky. Ja, immer dieser Lucky. Der hat immer die Schuld. Immer die Schuld bei anderen suchen. So, nochmal ein bisschen was mitnehmen hier. Für nebenbei Tasche. Denn auf nach Robco. Muss ja jetzt aufpassen. Ich habe ja jetzt schon wieder zwei legendäre Rüstteile bei. Dass sie mich nicht zu schnell beeinträchtigen. Aber abwarten und Kaffee saufen. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier ganz gechillt den Kern ausschalten. Ah, noch für sich kannst du auch meinetwegen gleich in die Luft fliegen. Bin noch nicht feuerfest genug. Gut. Nur ein Auto hast du mitgenommen. So, danke für Alu. So, dann gucken wir mal. Kampfsperren brauchen wir jetzt sowieso. Na. Komm, einmal kurz richtig aufladen hier. Schöner Hit. Das Bly nehmen wir uns auch gleich mit. Und dann tippeln wir gleich weiter. Jetzt muss noch ein Gatsi hier sein. So. Schön sitzen bleiben. Wie es sich hier hört. So, jetzt geben wir zwar ein bisschen Munition aus. Weil Roboter droppen ja nicht gerne das, was man auch gerade an Munition verwendet. Aber. Immerhin. Kriegt man Bleischrott. Und EP. So, da ist er ja schon. Da kommt mir das kalte Grausen. Uah. Schreibtisch Jobs. Hey, du lebst. Ich schulte Thompson wohl ein Bier. Nicht vergessen. Wir suchen nach militärischer Forschung. Grundregel. Das beste Zeug ist immer ganz hinten. Genau. So, dann gucken wir hier nochmal nach zufälligen technischen Daten. Nein. Nein. So, das Robohirn braucht ein bisschen mehr. Ja, noch haben sie mich nicht gesehen. Oh, du machst ein bisschen zu viel Aufsehen hier. Ah. Ah, die Robohirne, ey. Zu Anfang eine Geißel. So, da hinten ist noch eins. Ach. Nicht bei dem Dingern auf die Kampfsperren schießen, Turtle. Das macht doch kein Watt. So, hier hinten war auch noch ein Robohirn. Das will ich auch vorher nochmal weg haben. Da ist es. Eigentlich könnte ich ja mal... Dann geht es wenigstens ein bisschen fixer. Hm. So. Nach unten. Da war ganz oben. Aber der ist auch rausgekommen. Hm. Gleich Sterne Gazzi. Verdammt. Hör mal dieser Moment, wenn dir die AP ausgeht. So, ganz schnell. Hankers Flammenwerfer. Ja, ist okay. Ist okay für den Anfang. Aber... Erste drei Sterne Gegner so richtig. Mit Max Level. Und dann noch nicht mal anständig was drin. Na, ist schon wieder traurig. Das ist schon wieder traurig. Ich höre euch doch noch hier rumeiern. Nee. Soweit nicht. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Machen wir weiter im Text. Sieh dir das an. Fehlt nur noch ein Gehirn. Ah, dass das klar ist. Ich bin raus. Könnte mit diesen Zangen eh nichts anfangen. Sie haben bestimmt irgendwo Gehirne auf Lager. Sowas würde ich Ihnen absolut zutrauen. Gut. Dann wollen wir mal gucken. So. Geschützturmänderungsprotokoll. Äh, nee. Ich denke mal gute Neuigkeiten, Leute. Genau, ich freue mich bekannt zu geben zu können, dass Robco meinen Vorschlag angenommen hat, das kollektive Wissen des gesamten Forschungsteams mithilfe des Enzephalon-Extraktionsprogramms zu konservieren. Dabei wird ihre Schädelhöhle ausgeschabt und ihr Gehirn in eine biomedizinische Lösung gegeben, die ihre konjunktiven Funktionen über mehrere Lebensspannen hinweg aufrecht erhält. Außerdem werden wir unsere verhasste, fleischliche Hülle hinter uns lassen und gegen ein furchteinflößende, symbiotische, vom Verstand und Metall eintauschen. Ach, die Zukunft strahlt uns entgegen. So, ähm, Verfahren zum Gehirnaustausch. Das gesamte Forschungsteam hat seine Gehirne eingelegt? Puh, wie das wohl ablief. Aber gut für uns, oder? Wir brauchen nur eins davon zum Laufen bringen. Ein konserviertes Gehirn kann mit einem funktionsfähigen Robohirn verbunden werden, um sämtliche bisherigen Arbeitsfunktionen wieder aufnehmen zu können. Schritt 1. Wählen Sie das Gehirn aus, gehen Sie in den Sicherheitsbereich und nehmen Sie ein Glas aus dem Lager. Es kann immer nur ein Gehirn an das Chassis angeschlossen werden. Die Kabelverbindung ist permanent. Wählen Sie also sorgfältig aus. Schritt 2. Kochen Sie das Gehirn ab. Der Konservierungsprozess ist nicht zu 100% perfekt. Die biometrische Gelmischung kann kontaminiert sein und muss möglicherweise ein wenig erhitzt werden, um das Gewebe zu reaktivieren. Unsere erfahrenen Techniker können Sie bei diesem Vorgang unterstützen, damit kein Schaden entsteht. Schritt 3. Platzieren Sie das Gehirn, nehmen Sie einen Aufsatz aus dem Lager und montieren Sie auf das Robohirnchassis. Kippen Sie anschließend den Inhalt des Hirnglases vorsichtig in den Aufsatz und schließen Sie das Stammhirn an den Neural-Monivator-Port an. Es ist ganz einfach. Okay. Haben wir herausgefunden. Machen wir. Dann gehen wir jetzt einmal kurz runter. Ach, da ist noch einer. Sogar zwei. Gut. Haben wir gleich mitgenommen. Ich kann halt einfach nicht die Pfoten davon lassen. Das müssten die oben sein, die noch rumschwirren. Das heißt, wir suchen uns jetzt ein bassendes Gehirn. Wessen Gehirn nehmen wir jetzt? Das des Verantwortlichen wäre sinnvoll, aber meine Erfahrung sagt mir, dass es nie schadet in der Hierarchie, ein, zwei Stufen nach unten zu gehen. So, auf dem Etikett steht Greg Goldstein Techniker Forschungsprogramm zur Immobilien-Waffensystem. Intelligenz plus 8 erforderlich, um mehr über dieses Gehirn zu erfahren. Gehen. Ja. Halt. Ich wollte hier nur Schrauben ziehen. Wir hatten hier noch ein anderes Gehirn. Wen haben wir jetzt hier? Auf dem Etikett steht Gina. Oh, du arme Gina. Intelligenz plus 8 erforderlich. Ja, ich weiß. Wir haben aber keine plus 8 Intelligenz. So, dann machen wir euch nochmal weg. Und hier haben wir das letzte Gehirn. Auf dem Etikett steht Dr. Dorothea Diaz, Leiterin des Forschungsprogramms zur Immobilien-Waffensystem. Gut. Ich würde jetzt den Techniker nehmen. Der wird wohl am ehesten damit uns helfen können. Reine Logik halt. Gehirn nehmen. Blups. Warte, siehst du. Da liegt noch eine Aurora-Zange. Ach da. Halt. Dich auf den Lauf schießen. Eine Kampfsperre nach der anderen. Steht er jetzt hinter mir. Ah, wieder super. So. Peaks. Gefährlicher Flüchtling unterwegs. Versuchen Sie nicht, ihn festzunehmen. Um Ihre Mitarbeit wird gebeten. Ich schicke dir gleich mal meine Mitarbeit. So. Das war meine Mitarbeit. Haben alles mitgenommen. Und dann wollen wir mal. Ja. So. Anleitung haben wir auch gleich hier. Hastige Notiz. Immerhin waren sie schlau genug, die Einstellungen aufzuschreiben. Sollte nicht schwer sein, die Zahlen zuzuordnen. Stell es auf sieben. Ganz neutral wie reines Wasser. Das Gehirn ist zufrieden. Da du das Popcorn immer anbrennen lässt, sollte es nur auf drei gestellt werden. Ich will keine verbrannten Gehirne mehr riechen. So. Und hier hinten haben wir noch mal was. Also zum letzten Mal. Stell die Gehirne auf 41 nicht höher. Sie sollen ja nicht platzen. Okay. So. Moment. Wie war denn das noch mal? Achso. Steht. Gut. Steht ja oben. Bin ja auch wieder blind. So. pH-Wert sollen wir auf sieben stellen. Den Timer auf drei. Ne. Das ist ja nicht Timer. Das ist ja hier 41. Okay. Und hier auf drei Stellen. Ah mal. Rein und Start. Hm. Gekochtes Gehirn. Mein leckerstes. Der Meisterkoch der Gehirne. Chef der Hirnin. Maitre der Hirnin. Mehr habe ich nicht. Aber Maitre war schon nicht schlecht. Maitre der Hirnin. Ähm. Jetzt laufe ich hier auch noch in die falsche Richtung, oder? Moment. Wir laufen in die... Falsche Richtung. Du gefällst mir definitiv nicht. Können wir erstmal beiseite hier. Weil du kannst ganz böse Auer machen. Und lädst auch gerade schon auf. Für sie gibt es keinen Ausweg. So lange du laserst, ist alles okay. So. Jetzt brauchen wir noch einen Robohirnaufsatz. Äh. Wo war denn der jetzt? War der nicht hier? Ne. Hier waren ja nur die Gehirne. Hier haben wir noch eine Batterie. Hatten wir hier nicht noch einen Robohirnaufsatz irgendwo rumliegen? Das kann ich nicht mehr, wo der war. Ne. Jetzt sind die Toiletten. In den Toiletten werde ich das kaum finden. Muss er hier drüben irgendwo gewesen sein? Du meinst, wenn wir diesen Forscher aufwecken, wird er... Naja. Und was ich sagen will ist... Wenn ich aufwachen würde und mein Hirn wäre in einem Glas und mein Körper einer Mülltonne auf Rädern, würde ich vielleicht ein wenig durchdrehen. So. Macht das jetzt nochmal? Oh, ein Superhammer. Technische Daten. Jawohl. So, das nehmen wir auch nochmal mit. Und hier ist der Aufsatz. So, jetzt können wir implementieren. Das dürfte hier eigentlich auch nichts nachspawn. Na, war es ja jetzt schonmal gleich fertig hier. So, einmal drüfter. Greg Goldsteins Gehirn hinzufügen. Oh nein. Der Punkt mit den Überstunden in meinem Vertrag war ein Fehler. Ich kenne dich nicht aus dem Forschungsteam. Robco ist fort. Das ganze Land wurde in Grund und Boden gebombt. Du kannst hier alles dem Erdboden gleich machen, wenn wir weg sind. Eigentlich brauche ich deine Hilfe, um die experimentellen Geschütze zu umgehen. Oh, ich soll etwas bauen, das die Geschütztürme zerstört? Wirklich? Okay. Komm schon, wir müssen die Hersteller benutzen. Komm mit. Du hast keine Ahnung, wie oft wir die Todeszone auf- und abbauen mussten. Bis Dr. Diaz endlich zufrieden war. Hey. Übung macht den Meister. Ich hoffe, sie haben ihr Testament gemacht. Na, das ging ja jetzt schon mal gleich gut los hier. Dies ist jetzt eine Gefechtszone. Es drohen Verletzungen bis hin zum Tod, wenn sie in diesem Gebiet bleiben. Die Sichten und Ordnung werden in Kürze wieder eingeschüttet sein. Mensch, du stehst im Weg. Und so, erste Regenerationsphase. Zum Glück machen die Dinger hier nicht so viel Schaden. Dementsprechend kann ich mir ein paar Hits erlauben. Ich bin ins Büro, als die Bomben fielen, weil ich Dienst hatte. Und mich mehr vor ihr fürchtete, als vor dem großen Krieg. Hey, diese Werkzeuge. Kannst du diese Werkzeuge herstellen? Oh ja. Tja, ich kann dafür sorgen, dass der Strom komplett flöten geht. Weißt du, wie oft ich diese Geschütze neu verkabeln musste? Keine Ahnung. Aber ich glaube, du wirst es... In der Testphase mussten wir sie überall im Büro umherbewegen. Jeden Tag woanders hin. So, da geht's weiter. Problem ist, Sneaken ist da leider nicht drin. Dementsprechend muss es jetzt die Clickpower geben. Wir sollten sie in der Kaffee-Ecke platzieren und im Gang zum Badezimmer. Wir mussten den ganzen Pausenraum zur Todeszone machen. Schmücken wir uns die Werkzeuge und los. Ich will nicht hier sein, wenn der Typ austickt. Oder noch mehr austickt. Auf gar keinen Fall. Ihr Gehirn wird sicher irgendwo aufbewahrt. Warum nicht zerstören? Oder... damit experimentieren? Ja, doch! Okay, verrückter Wissenschaftler im Einsatz. So, jetzt treffen wir uns auch wieder in der Basis. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir zur Basis rumkommen. Ich nehme hier nochmal kurz den Tischventilator mit. Das ist aber kein Problem. Wir haben ja draußen nochmal eine Werkbank. Schade, dass sie die Werkbank da hinten ausgetauscht haben. Bisschen Robo-Hirn für die Quest. Aber na gut, ist ja nicht weiter schlimm. Gehen wir hier nochmal fix nach draußen. Dann müssen wir nur mal hin nach hinten durchgehen. Und haben dann auch gleich die Werkbank. Soweit ist ja hier jetzt alles Safety. So, schon mal nachladen. Und ich sehe gerade, wir machen schon wieder Überlänge. Ich bin schon wieder einfach drin in dem Game. Punkt. Naja gut, da fahren wir dann auch gleich die Quest fast fertig. So, alle hops. Jetzt müssen wir nämlich nur einmal kurz da unten das Robo-Hirn wegmachen. Kakerlake sollte nicht das Problem sein. Weil da haben wir auch gleich eine Bastelwerkbank. Und dementsprechend wartet nur das Robo-Hirn auf Eliminierung. So. Da kommt noch eins. Solange ich inne schieße, ist alles okay. Wunderbar. Da kommt dann noch eins. Da kommt ein Schuss noch. Finito. So. Dann einmal hier ganz schnell alles klein machen. Und dann einmal wieder ab zurück. In den geheimen Bunker. Und die Quest jetzt schon so gut wie abschließen. Dann wollen wir mal abgeben. Sergeant Redcliffe meldet, dass du die Werkzeuge beschafft hast. Ich bin beeindruckt. Wir waren ein gutes Team. Interessante Wortwahl. Das mit dem guten Team geht jetzt schon eine ganze Weile so, oder? Paige, Dr. Hornwright, dieses hyperaktive Kommunistenkind. Und jetzt wir. Ein seltsames Team hast du da zusammengestellt. Aber du hast bewiesen, dass du die Dinge zu Ende führst. Du kannst das durchziehen. Wir packen zusammen und gehen nach Foundation. Wir brauchen eine gemeinsame Basis. Ich will das erledigen. Sag uns Bescheid, wann es losgeht. Okay, so. Jetzt haben wir die drei Sachen gemacht. Jetzt müssen wir nur noch einmal zur Page. Und die Quest einmal beenden. Und danach müsste es jetzt auch den Punkt auf No Return ansetzen. Dementsprechend geht es da dann auch nicht weiter für uns. Du kennst ja das Mantra vom Übererfüllen, nicht wahr? Captain Fields und seine Soldaten sagen, sie wollen hier bleiben. Wir haben die Leute und die Ausrüstung. Wir müssen nur noch anfangen. Sag Bescheid, wenn du so weit bist. Denn wenn es losgeht, wird es verdammt laut. Okay, können wir noch weitere Vorbereitungen treffen? Nein, wir sind hier alle bereit. Du hast ein Team und wir warten darauf, dass du es anführst. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Gut, wenn wir ihn jetzt nochmal anquatschen, dann bekommen wir quasi die allerletzte Quest. Und danach geht es auch nicht weiter. Und dementsprechend quatsche ich ihn jetzt natürlich nicht an. Jetzt haben wir hier noch alte Garde bekommen. Was war die alte Garde nochmal? Alte Garde 10 mm ist Anti-Rüstung. Ja, ist an und für sich vollkommen in Ordnung. Ist halt eine 10 mm. Ist eine mit der legendären Waffen, die man so, naja, mitnimmt. Aber ich sage euch, da gibt es noch eine klein bisschen bessere. Diese werde ich somit nicht aufbewahren. So, ansonsten, der Henkers Flammenwerfer, den werde ich auch nicht aufbewahren, auch wenn wir 300 Brennstoff haben. Flammenwerfer eigentlich ganz cool ist, aber dafür ist er mir das Gewicht nicht wert. Ansonsten haben wir jetzt hier noch T45 Mutantentöters, wird verschreddert. Vielfraß wird verschreddert. Nachtaktiv werde ich definitiv nicht nehmen. Und das andere muss kaputt gemacht werden. Das heißt, ich werde jetzt aufsgehen, einmal kurz alles kaputt machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.